Jan G. Heitmann ist ein deutscher Historiker und Journalist. Er war Chefredakteur der Zeitschrift Schiff und M.P. Zeit und ist seit 2011 in gleicher Position bei der Preußischen Allgemeinen Zeitung. Leben Heitmann leistete seinen Wehrdienst als Reserveoffizieranwärter bei der Marine ab. Heute ist er im Dienstgrad eines Fregattenkapitäns der Reserve und Vorsitzender des Reservistenverbandes Hamburg. Von 1982 bis 1989 studierte er Geschichte, Politik, Wissenschaft und öffentliches Recht sowie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg und wurde 1996 finanziert durch ein Unternehmensstipendium mit der Dissertation Unterwasser in die neue Welt, Handelsunterseeboote und kaiserliche Unterseekreuzer im Spannungsfeld von Politik und Kriegsführung zum Dr. Phil. Promoviert Er arbeitete ab 1990 als freiberuflicher Historiker und war für ein britisches Verlagshaus tätig. Heitmann absolvierte dann ein Volontariat bei der Preußischen Allgemeinen Zeitung und war dort bis 1998 Redakteur. Außerdem war er für mehrere CDU-Politiker tätig und Lehrbeauftragte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Als Chefredakteur ging er zur Zeitschrift Schiff und M-Zeit. Im Juli 2011 wurde er als Nachfolger von Wilhelm von Gottberg Chefredakteur der PHZ. Schriften – Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Hamburg. Die kampflose Übergabe der Stadt an die britischen Truppen und ihre Vorgeschichte. Lang, Frankfurt am Main 1990 ISBN 3-631-42696-8 Unterwasser in die neue Welt. Handels-Unterseeboote und kaiserliche Unterseekreuzer im Spannungsfeld von Politik und Kriegsführung. Berlin Verlag Spitz Berlin 1999 ISBN 3-87061-7888. Fairplay – Schleppdampfschiffsräderei Richard Borchert Seeschiffassistenz und Schleppschifffahrt im Wandel der Zeit. Elbe Spree Verlag – Hamburg 2005 ISBN 3-931129-128 Hamburgs Hafen in der Stunde 0 Bilder von Zerstörung und Neuanfang Fotografische Zeugnisse aus dem Nachlass von Heinrich Hamann Elbe Spree Verlag Hamburg 2006 ISBN 3-931-129-29-2 Boote unter Beton Die Hamburger U-Boot Bunker Elbe Spree Verlag Hamburg 2007 ISBN 978-3-931-129-32-3 Die Hamburger U-Boot Bunker Elbe Spree Verlag der RT-13F-8-2-6-8-3-2-7-32-7-7-24-1-8-10-4-1-2-1-9-4-2-5-1-6-4-1-8-1-4-3-4-8-0-2.